ich bin nicht zu spät ich bin nicht zu spät ich bin nicht zu spät nein 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 gesundheit hast du dir ein leckerli verdient das ist jetzt der buff oder oh gott das war kein buff ich habe vielleicht vielleicht den falschen knopf gedrückt ich meine männer gesprengt nein ich bin intelligent und stattlich und zölibatär ich wurde nicht mehr weil ich hatte sehr viele frauen in meinem leben hügel nicht mehr also der würde ich jetzt gehen also dann reicht es mir ich habe jetzt eine mk 47 die knallt rein und jetzt gehen wir mit auf reserve vorsicht der nachfolgende clip enthält flackernde lichter gehst nicht nach bildern beim liefern 90 projekte 90% der Computerprobleme befinden sich zwischen Tastatur und Rückenlehne. Was kann mein Mikrofon jetzt dafür? 114 Notifications. Hä, wo? 114 Notifications? Wo sind 114 Notifications? Es gibt bei Steam Notifications. Ach, da oben. Ja, das kann sein. Dass ich nicht wusste, wo die sind, beschreibt vielleicht auch, warum wir so nett verzinnen sind. Was soll ich denn ohne, jetzt mal ganz zum Ernst, was soll ich denn ohne den Mann in meinem Leben machen? Das wäre ja absurd. Aber ich will ihn auch nicht stören, während er gerade im Krieg ist. Das wäre ja voll doof, wenn ich ihn stören würde, während er gerade im Krieg ist. Ich will erzähle ihm das jetzt einfach. Du hast jetzt noch nicht einmal Alarm gehört. Hörst du Alarm? Ja. Okay, gut, ja. Warte. Ja, ich war zu weit weg. Okay. Alarm! Alarm! Gut. Gut. Oh Gott! Wir wollen üben und wir wollen unsere kleinen Bärchen sehen. Denn wir haben kleine Bärchen und die kleinen Bärchen, sie kommen mit uns und töten alle anderen Menschen. Und die Gedärme liegen im Schnee, wie das Blut, das vor sich hin dampft. Irgendwann habe ich mal ein Projekt, das so krass ist, dass es sich den Aufwand lohnt, dass es sich den Preis lohnt, dass es dieses nach Wiesbaden fahren, dass das halt klappt. Und bist du gerade in den Boxershorts und bist du gerade in den Boxershorts oder in den Stream gelaufen? Ja. Die dritte Titte auf dem Rücken? Bist du gerade in den Boxershorts oder in den Stream gelaufen? Das ist verboten. Nein. Doch. Nein. Doch, das ist Toss, Kalle. Wir wissen Toss. Das ist Toss. Die dritte Titte ist Toss. Und nun darf der Zeuge von Bärs eindrucksvollen Ausdruckstanz sein. Die dritte Toss Ich weiß nicht mehr, wo ich war. Dritte Titte. Oh. Hast du dir mein Video angeguckt, Kalle? Was ist dein Problem mit drei Titten? Ich stelle dich beim Schlafen, oder? Nee, wieso? Ist doch für dich auch ein Win-Win. Wenn ich seitlich liege und eine Titte immer, mindestens eine Titte immer zu dir gedreht ist, dann ist das doch auch ein Win für dich. Oder sehe ich da gerade was falsch? Jonas genehmigt. Ja, also der Idealfall ist tatsächlich, dass ich auch von dem weggehe, was ich halt gesagt habe und sage, hey, eigentlich müssen wir von Schimpfwörtern weggehen. Wir müssen echt einfach weggehen von Schimpfwörtern. Und das ohne Schaffen. Und dann sagen wir stattdessen wirklich einfach Eumel. Und fuck. Fuck. Fuck, scheiße. Was ein Scheißdreck. Fuck, 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 fuck. Was ein Mist. Und Eumel. Und fuck Eumel. Und Eumel-Fuck. So ganz schlimm ist der Eyeliner nicht, aber er ist auch nicht gut. Ich fix das mal ganz kurz. Ach so sieht das aus, wenn du hier sitzt. Cool. Meine Mama steht hier. Danke. Alter, du siehst ja richtig krass aus. Siehst ja richtig geil aus, ne? Ja. Warst du krass wie im echten Leben? Wann spielen wir denn mal Tarkov jetzt? Also ich spiele jetzt Crusader Kings 3. Aber es geht vom Tarkov. Aber Crusader Kings 3. Das ist aber nicht Crusader Kings 3. Nein. Das ist Magic. Das ist auch ein tolles Spiel. Da kommt morgen der Visual Noble raus. Mit deiner Fresse, ne? Ja. Den gucke ich mir morgen im Stream an. Geil. Ich hab da gerade noch ne Story gepostet. Ach so. Weil ich das schon mal angeteasert habe. In meiner Fresse. Ach guck, und da ist der Chat, ne? Ja genau. Da ist der Chat. Da sind die. Ja. Ja. Oh, da hat, guck mal, der Poké-Proff, der hat gefolgt. Na, ist ja super. So läuft das hier bei dir, ne? Mhm. Ach guck, und was macht das? Kann ich noch irgendwas finden, worüber ich reden möchte? Störe ich eigentlich gerade, oder? Mhm. Wie kommst du darauf, dass du störst? Ja, schön hast du es dir. Bitte, verpiss dich. Selbst angesabbert, während ich mein Brausebärchen in den Mund gesteckt hab, weil ich nicht... Danke, Tarek. Danke, dass du auch diesen Moment festgehalten hast für die Ewigkeit. Bitteschön, Pia, und weil du so begeistert warst, dachte ich, du darfst es nochmal sehen. Du möchtest zu Kalle, ne? Springst du noch ein bisschen für mich? Jetzt warte doch, bis die Tür offen ist. Das ist so viel zu der Frage, ob das noch mein Hund ist. Wir haben das quasi schon gewonnen. Ah, verdammt. Okay, das war jetzt echt schlechtes Timing. Ähm, Dankespiel. Ich hasse dich. Ja, das war leider der falsche Knopf. Ich hab zu schnell gedrückt. Ich hab zu schnell gedrückt. Der hätte sich auch erpressen lassen können. Ja, das war... Das war nicht so smart. Ja, ich hab den Weber gemacht. Ich hab richtig gewebert gerade. Das war nicht so smart. Aber macht nichts. Der Blick einfach... Dieses einfach... Ich hab aufgegeben. Ich hab einfach... Ich hab einfach aufgegeben. Es gibt hier... Es gibt hier keine weitere Frage mehr. Dankeschön, Cookie, für die fünf verschenkten Subs. Dankeschön. Oh mein Gott! Ah, was war das? Oh, ich hab mich kriegen Herzinfarkt. Spielst du gar keinen Tag auf mehr? Doch, aber ich war gerade scheiße. Ich bin gleich wieder da. Aber ich muss ganz kurz Pipi machen gehen davor. Und mir eine neue Cola holen. Yay! Au! Wer ist Gräfin Brixer? Das bin ich. Du hast den Falschen ermordet. Nein, hab ich nicht. Nein? Der Herzog von Mähren. Doch, du hast recht. Aber er sitzt noch in meinem Rad, obwohl er tot ist. Wie ist das möglich? Nee, das ist es, weil wir Pause gedrückt haben gerade. Das ist neu, ja. Ach, du hast alles richtig gemacht. Ja, danke. Aber gut, dass du mich erst mal anschreist. Ja. Wir sehen sich so ähnlich. Wenn du mit mir das spielst, spiel ich mit dir Tag auf. Also irgendein Essensform. Brauchst du irgendwas von mir? Hab ich nicht. Ja, dann kannst du nichts aufnehmen. Das macht nichts. Äh, iiih! Ja, dann Kartoffeln und dann geht's wieder. Ich liebe das Streamen mit euch so sehr. Es macht so viel Spaß. Es ist so ein Privileg, dass ich einfach alles spielen kann, worauf ich Lust habe und ihr da seid. Es ist so ein Privileg, dass fast 2000 Leute dabei zuschauen, wie ich gerade hier sitze und fucking Total War Warhammer 3 verschiebe, damit wir es gleich weiterspielen können. Es ist so ein fucking Privileg. Ich danke euch so sehr.